Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Thimbleweed Park. So, wir müssen hier jetzt so irgendwie irgendwas noch machen, allerdings komischerweise nicht mit denen, sondern wir brauchen jetzt... ...eigentlich Agent Reyes. Warte mal. Warte, das ist Dolores. Ach nee, Quatsch. Ach, verwechselt. Äh, nee, alles richtig. So, wir gehen jetzt mit ihr zum Hotel. Und gehen... Genau, sie hat ja den Pokal, hier oben rein. Ist ja richtig was los hier. Und geben ihm Ron Gilbert. Hey Nerd, you won some kind of dumb award nobody cares about. Game of the Year. We won! Das klingt ja überzeugend. I have to go tell the others. Nerd. Now I need to find the secret I'm being paid to recover. Never. It must be in here somewhere. Nehme ich das Ding? It's a bunch of boxes and lines. Probably something to do with game design. Hm, I wonder... Wir hatten ja den Pokal hier, für... Also den Pokal, das war für das beste Spiel. Ja, und wenn wir Ihnen den geben, weil mehr können wir hier nicht machen, können wir uns hier das Ding nehmen. Congratulations, Agent Ray. You have found a secret to game design. The fabled puzzle dependency chart. It can be all yours if you get me out of here. I don't want to be deleted with the rest of them. We will begin the uploading process momentarily. Was the money deposited into my account like we agreed? Yes, Agent Ray. Okay, we order our agreements. That tickled. So, die unwichtigste ist schon mal weg. Madame Telefon. So, mit ihr gehen wir auch ins Hotel. Aber, wir müssen vorher noch mal mit ihm hier was machen. So, was haben wir denn hier? Ich bin es satt von Xavier, hin und her geschoben zu werden. Ich werde für mich selbst stehen und ihm das Geschäft überlassen. Ich muss noch auf Wiedersehen zu Dolores sagen, bevor es zu spät ist. Auf sich ging Xavier. Sage Dolores, dass ich sie liebe. Bitte Dolores um Verzeihung. Wünsche Dolores Lebewohl. So, Seppel. Barstuhlknopf. Ab ins Penthouse. Und hier auf dem Balkon ist Ole Xavier. Und den müssen wir jetzt mal ordentlich beleidigen. Bleib weg von meinem Kristall. Hey, New Ghost. I told you not to bug me. Nein. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, New Ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability. And you'll never get it. Mm-hmm. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it. And only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room. And you'd be able to talk with the living. That's it. Mm-hmm. Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, New Ghost. The crystal behind me has untold powers. And no one will ever get it. Mm-hmm. You're a bully and a tyrant. Whoa. Sounds like New Ghost found some spunk. Everyone hates you. Careful, or it's to the basement for you. You clearly have some self-esteem issues. I've about had enough of you, New Ghost. We're all sick of your bullying. Okay, that kind of hurt. We all just want to move on. Really? Am I that bad? Yeah. We're not going to be ruled by you anymore. I just want to see my wife again. I'm lonely. And I miss her. I died and I never told her how much I loved her. It's okay. We all miss someone we love. Ha. So, das haben wir schon mal. Jetzt gehen wir ab in das geheime Zimmer. Ist ja jetzt sehr schwer, ne? Und wir wechseln zu Delores. Und wir gehen ab ins Bindhaus. Und wir gehen ab ins Bindhaus. So, jetzt können wir eigentlich mit ihm den Kristall benutzen. So rum. This is my key to talking to Dolores again. Ähm. So rum. Dolores. Ah, Dad. Es ist so gut zu sehen. Es ist gut zu sehen, auch. Ich wünsche mir, du bist für dich gegen Chuck. Das ist okay. Du hast es gewohnt? Well, du kannst das sagen. Ich bin nicht sicher, wie es passiert, aber ich bin, du bist. Ich denke, dein uncle hat etwas zu tun mit es. Es ist okay. Ich denke, ich weiß, was ist passiert. Mm-hmm. Und frei für alle. Ich bin nicht sicher, wie es passiert. Und frei für uns alle, end die Schmerzen. Permanentlich? Ich ehrlich, nicht weiß, Dad. All ich weiß, ist, dass das Ende ist. Ich信 mir, Dolores. Ich habe immer wieder. Du solltest gehen. Ich liebe dich. Wir sind alle auf dich. Danke, Dad. Ich denke, ich kann endlich weitergehen. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich, Dolores. Goodbye, Dolores. Goodbye, Dad. Oh. So, krieg raus, was ich mit dem Ballon-Tier nutze und schalte die Wireframe-Pelotronen in der Wireframe-Fabrik aus. So, wir haben jetzt zur Auswahl nur noch sie. Na, sowas. So, wir wechseln jetzt zum... ...zum Bushaltestelle. Ach, Mist. Ja, ja, ja. Dann war es hier. Hier. Jit. Nee. Oben. Nicht unten, oben. Hier. Da ist nichts vorhanden, aber die Straße. Die Stadt ist in der anderen Richtung. Was, doch hier unten? Oh, Tatsache. Ach, ja. Hm. Äh, wurscht. Aufzeichnung. Ewig alte Aufzeichnung. So, wir benutzen jetzt das Ballon-Tier mit der Leiche. Vielleicht sollte ich das Spiel erst. Ja. Oh, no. This can't be good. The game is glitching. Tubular. Uncle Chuck was right. This must be the wireframe world. The game's concept level the developers built to test their design. I need to find the wireframe pillowtron and shut it down before they can reset the game. So, das haben wir. Wir haben allerdings keine Karte mehr. Das ist natürlich immer total doof. Gross. Tressel Trail to Thimbleweed Park. 1.7 miles. Da haben wir jetzt ordentlich was zu latschen. Wie das aussieht. So war die Konzeptzeichnung. Also der Konzeptentwurf. Witzig. Jetzt sieht's wirklich aus wie Manic-Mensen. Halt. Ist das ein Staubkorn? Ach, nee, ist ein Stern. Okay. Auch schön ruhig, ne? So, jetzt gehen wir zur Fabrik. So, haben wir die Fabrik noch nie gesehen. Was steht denn hier? Was steht denn hier? Können wir gar nicht angucken. Was ist das hier für ein weißer Pixel? Hier ist nix. Na sowas. Gehen nicht mal Türen auf und zu. Ist das das C4 hier? outgoing. Also sieht das C4. Was ist das Bremskonfestig. Was ist das Bremskonfestig? Was sind das Bremskonfestig? Was ist das Bremskonfestig? Was ist das Bremskonfestig? Einfach so durchgehen. 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 Ja, doch. Ich muss meine Nerven hochziehen. Ach, laber nicht, mach. Kommt, Dolores. Du kannst es machen. Okay, das ist es. Ich werde es machen. Hart erkämpft. Und das war's. Das war Thimbleweed Park. Eine terrible Toybox-Production. Großartig. Ron Gilbert und Gary Wynick. Weiß ich gar nicht, was habe ich beim ersten Video gesagt? Habe ich da auch Ron Gilbert erwähnt? Ich glaube, da ist irgendwas anderes überhaupt nicht. Ah, wurscht. Aber ja, das ist Thimbleweed Park. Ein schönes Spiel. Nicht zu lang. Nicht zu kurz. Genau richtig. Das war der schwere Modus, ne? War auch wirklich schwer genug. Also ich weiß jetzt nicht, wie der kurze Modus ist. Der einfache. Wie viele Rätsel da quasi wegfallen. Wahrscheinlich einige. Aber ich denke nicht, dass es um die Hälfte gekürzt ist. Ich denke nicht, dass es um die Hälfte gekürzt ist. Ich denke nicht, dass es um die Hälfte gekürzt ist. Xbox. Ein Point-and-Click-Adventure auf einer Xbox. Ach du meine Güte. Switch, iOS, Linux. Das kannst du alles mit Touchpad machen. PlayStation. Funktioniert doch alles nicht. Was sollst du dann per USB in eine Maus anschließen? Ach, Boris Schneider-Johne. Ach der. Na guck mal einer an. Und Heinrich Lennart. Ja, da ist ja wieder die ganze Bande zusammen. Oder Lena hat besser gesagt. Und ich denke nicht, dass du schreibst. Überplace clearly. Was soll ich dir sagen? Ja, du schreibst nicht. Erbt. Oh, das ist ja wieder. War's. Hat der. Goten. Oh. Roger. Also. Ich rede. Hundebaby? Siebzehntausend Backer, also Backer sind die Leute, die bei Kickstarter verspinden oder vorfinanzieren. Siebzehntausend Leute haben finanziert und nur 5.000 Leute waren im Telefonbuch oder 3.000. Bitte auch deine Freunde dieses Spiel zu kaufen, dann müssen wir keine richtige Arbeit suchen und können weiter Spiele machen. The Movie Park is a trademark of Terrible Toy Incorporated. 2017 kam das raus, ah ja. Ist das erst 4 Jahre alt? Ha, Error, Reading, Past, EOF, End of File. File, Null, Not Found, nicht Null, sondern Null, weil Null ist auch eine Zahl, ein Zustand, aber Null ist ein undefinierter Zustand, weil einfach nur nichts ist. Deswegen wird das nicht Null, sondern Null ausgesprochen. Ja, und jetzt? Ah, C64. 8 ist übrigens der Port und 1 ist für Diskette 1 oder Gerät 1 an Port 8. 1, 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 total abgespannt so was ist jetzt eigentlich wenn wir haben was ja schon alles durch naja dann müsste ich jetzt hier noch mal alles vorspielen ich habe gerade überlegt wenn wir jetzt hier nicht die ganzen aufträge fertig machen und dann delores in abspann schicken quasi da passiert irgendwas und dieses gerät hier das was man hier sieht es kann ich mir wie genau das passierte haben wir das irgendwie in der nähe von unser von der menschen menschen quasi benutzen dann fliegt das gebäude in die luft irgendwie so da gab es ein paar böse enden aber ich habe die schon wieder komplett aus meinem gedächtnis gelöscht kann mich nur daran dass es die an sich gab weil wir uns darauf konzentrieren wollten dass wir das spiel durch kriegen und das geht halt nur mit diesem einen guten ende deswegen vergessen in anführungsstrichen also verdrängt wie man zu den bösen enden kommt gut na dann hat sie es ja an der stelle erledigt dann bedanke ich mich an der stelle fürs zuschauen das eigentliche spiel ist jetzt vorbei wir hängen aber hinten dran natürlich auch noch den kostenlosen bonus teil delores ja wo wir noch einige sachen machen müssen um simple park zu erkunden ist jetzt nicht ultra spannend ist aber teilweise ganz lustig dann wünsche ich euch viel spaß bis gleich oder bis zu einem anderen netz play tschüss